GAMERWARICH THE ZOMBIES Ja, nicht alle von uns lieben permanent nur Zombiespiele. Wir könnten ja sowas machen wie die Rocket Beans, die Monster und wir nennen es... Nie Monster. Lees Monster, Lees Monster, Lees Zombies. Ja, lass uns was einfallen und dann spiele ich alle Zombie Games, die es gibt, spiele ich mal an. Außer die natürlich, die auf dem Index stehen, sowas wie Dead Rising. Da bin ich auch sehr traurig, dass nicht mal die neue Version in Deutschland rauskommt. Ich will dieses Video direkt indiziert, weil wir Dead Rising gesagt haben. Ja, jetzt existieren keine Speicherwerden. Natürlich wollen wir... Neu alles machen, alles neu und geschmeidig. Neues Spiel, Resident Evil 4. Ich bin ja mal für, leicht zu machen, aber normal. Resident Evil 4. Was wäre das Spiel ohne diese wunderbare Stimme am Anfang? Ich bin ja so. Ich bin ja so. der Glow krippelte seine sehr Grunde. Keine Chance nicht, der Präsident der USA hat einen Kontingen-Plan um Sterilisieren Raccoon City. Mit der gesamten Affäre öffentlichen, der USA hat eine Indefinite von Business Decreie an Umbrella zu verabschieden. Und für alle intents und purposesen, die Umbrella wurde geschlossen. 6 Jahre seit diesem horrenden Inziden. Ich habe eine besondere Ausbildung mit einer öffentlichen Organisation arbeiten unter der direkte Kontrolle des Präsidenten. Ich habe die Verantwortung für den neuen Präsidenten die Familie der neue Präsidenten. Oh, jetzt. Warum bin ich derjenige der immer so schnell in der Steck? Du? Wer bist du wirklich? Komm her und sag uns. Du bist ein langer Weg von Hause, Cowboy. Du hast meine sympathie. Ich glaube, das ist ein der Lokal zu verabschieden. Ich glaube, das ist ein Ich weiß, was das all ist. Meine Aufgabe ist, zu suchen für die Frau der Präsidenten. Was? All by yourself? Ich bin sicher, dass ihr nicht nur zusammengebracht so können wir singen Kumbaya zusammen in einem Boy Scout ein Bonfire. Dann wieder, vielleicht du hast. Oh, du bist ein Amerikaner. Es ist ein Direkt von der Schiff. Ich sage dir, es ist kein PICNIC. Ich stehe auf euch. Es war vor dem für mich zu schützen. Das ist der Grund, dass ich das schrecklich und in Europa ist. Es gibt eine Frau Frau der der Frau hat. Nach schrecklich vor Schiff. Das ist schrecklich. schrecklich mit schrecklich. Das ist mein Schrecklich. Ich schrecklich, so lange. Das war's. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Ja, ein bisschen Metal Gear Solid, ein bisschen irgendwas anderes. Wenig von dem früheren Resident Evil. Viele sagen ja, mit dem Teil der Serie, oh, ich muss mich auch daran gewöhnen. Viele sagen ja, mit dem Teil der Serie fing es an, bergab zu gehen. Ich würde einfach sagen, das Spiel hat sich komplett verändert. Aber ich finde, das ist Mimimi auf sehr hohem Niveau. Ja, wie gesagt, also ich finde 5 und 6 sind hervorragende Spiele. Nein. Sie sind halt nicht mehr wirklich Resident Evil, was man kennt, aber es sind keine schlechten Spiele. Ui, ui, ui. Und ich fand dabei auch, Teil 4 eigentlich fast noch am schwierigsten, weil man sich da komplett umgewöhnen musste. Bei Teil 5 und Teil 6 wusste man ja dann, was einen erwartet. Hier war noch einer. Es hustet was. Oh. Ei, ei, ei. Was könnte das wohl sein? Habt ihr eine Idee? Der schielt ein bisschen. Oh, das ist gut. Ich habe gerade schon die ganze Zeit gezielt, ich habe aber vergessen, wie es geht. Okay, so nicht. So, also. 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 So. So, also. So, also. So, also. So, also. So, also. So. So, also. So. 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 wie man sieht, meine Erinnerung scheint nicht die beste zu sein. Wie ich bloß mein Studium geschafft habe, frage ich mich. Einfach Bulimie lernen am Ende. Ja. Du blöder Ficker, zum Glück kann ich nicht so gut mit der Steuerung, dass ich mich hier... Das ist echt Musik. Irgendwie echt gekrackhaft. Ja, ich habe auch irgendwie mehr erwartet, ganz ehrlich, von der Remastered Version. Bisher bin ich jetzt von der Grafik. Ah, ist okay. Also dafür, dass du spiel echt schon so alt ist. Ah, das ist jetzt wirklich auch schon alt, ja. Oh ja, komm. Das Geld ist doch irgendwie so unbefrieden. Das ist vor allem zu viel. Ich möchte... Ja, du weißt ja nicht, was die Sachen kosten. Vielleicht kostet dir eins. Eine Million... Einmal fünf Munition. Eine Millionen. Eine Millionen? Eine Melonen. Ach so, Melonen. Kannst du bitte seinen Schielen nachmachen? Leon, how are you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. Ich nicht. I'll take a look at it. Thanks. Das tut aber weh auf Dauer. Spielanleitung. Vielleicht kann ich jetzt nachladen. High money. Spielanleitung. Nachladen, sag ich doch. Sie nehmen den Money und schütteln den ein bisschen. Zum Nachladen der Waffe. L2, also zielen und X drücken. Ich muss das anscheinend wirklich erst lernen. Dritte. Wankende oder sich auf knien befindliche Gegner können mit der Aktionstaste getrieben werden. Ah, wenn du gegen den Kopf schießt, dann kannst du so blätsch. Ja. Inventarbildschirme wechseln. Ah, jetzt. Ja. L1 und R1. Gut. Wie viel haben wir? 17 Minuten. Jojo. Doofdateien. Was? Doofdateien. Was? Ich finde es mit den Kopfhörern gerade echt schlimm, weil ich höre sie einfach, als würden sie direkt von rechts... Ne, jetzt höre ich gar nichts. Also ich fand's jetzt mit einem angenehmer. Da würde man nicht so arg geschickt. Soll ich mal ein bisschen leiser machen vielleicht? Nein, es hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Ich habe einfach das Gefühl, dass die rechts neben mir stehen direkt. Ist doch voll cool. Gucken! Spuke. Guckst du. Mach auch mal nochmal beide rein. Züm! Wann an Freunden gehts nicht mehr gut. Geh, Basta. Er schiebt ein bisschen heulich die Gegend, als wäre er nichts. Auch gut. Immer dieses Leute verbrennen, da muss man uns auf die Reue rumschicken. Furchtbar. Oh, das Schleichwege. Oh, die Kuh verrät aus. Meinst du echt? Nein. Es klingt, ich finde es schwierig mit der Kampagne, ich weiß nicht, ob wir es nicht lieber anders spielen sollten. Schieß sie einfach alle tot. Es klingt aber einfach für mich die ganze Zeit, als wäre einer hinter mir. Es hat nichts mit dem Schieß, sie einfach tot zu tun. Ich kann nicht einschätzen, wo sie sind. Darum geht es mir. Musst du sie überhaupt alle kaputt schießen? Guck, ich habe das Gefühl, die stehen neben mir. Ich bin sehr glücklich. Oh, jetzt, glaub ich, rennen wir einfach mal rein. Ich weiß nicht, was soll das für ein Junge? Versuch mal rechts. Durch die Tür kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Öffnen. Was? Weißt du, wir müssen bei S Schreibmaschine, okay? Ja, S ist speichern. Da muss ich hin, oder was? Ich bin jetzt hier und von da gekommen, also muss ich jetzt wieder zurück. Kannst aber nicht da durch jetzt, ne? Ja, ich kann wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Ach nee, ist verschlossen, okay. Okay. Umdrehen und rennen. Uiuiui. Okay. 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 Nein! 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 Ui, Schreierlack! Gott, Sego, rechts! Link! Das da? Das ist verschlossen. Okay, rechts. Oh fuck. Oh fuck! Das Ziel ist ja echt mein Mega-Nervbild. Was? Was? Sauber! Uiuiui, rechts! Ah, da ist ein Pfeil! Was zum? Oh nein! Gott! Nein! Oh, Hermia, Sios! Ich glaube, ich bin tot! Sauber! Der Kettensegenmann ist supi! Ich kann mich halt echt auch nicht mehr erinnern, was man da machen muss. Wer stirbt, gibt ab. So spielen wir dieses Mal. Ba-bam! Sauber die Haare geschnitten! Scheiße! So richtig Resident Evil habe ich noch nie gespielt. Jetzt ist Zeit! Okay. Mierda! Mierda! Ah ja, gucken. Läuft! Achso. Okay, das haben wir gesehen. Mierda! Also, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss sich... Ich kann mich ehrlich nicht erinnern. Oh, die Steuerung ist echt kacke! Das sagt so ein bisschen, ne? Es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich weiß, man gewöhnt sich auch schnell dran. Aber bis es soweit ist... Guck doch jetzt mal... Hast du jetzt eine Karte? Oh, mach mal Steuerungseinstellung. Vielleicht kann man was... Naja, gut. Es ist eigentlich egal. Es wird nichts bringen. Nein, okay. Alles scheiße. Ja, lass das einfach so. Sich jetzt dann nochmal umzugewöhnen ist auch nicht besser. Vielleicht kann man sich wirklich an denen jetzt vorbeischleichen, da hinten entlang. Nee, aber wenn du auf die schießt, dann kommen sie eigentlich. Geh mal. Schau mal, ob du da reinkannst. Wo denn? Wo denn? Okay. Aus dem Kesselstein? Rieh ich nicht gerade nach einem verschwunden Getränk? Dann würde ich vielleicht nicht dran trinken. Nur so als Tipp. Just saying. Wie war der Nachplan? Ähm... Hier vorne hast du ein Messer. Schießen kannst du nicht. Das ist nicht wie bei Deadly Munition. Nein, ich mein... Wie war nachladen. Einfach. X dann. Ah! Un Granata! Maybe... Wiken Yusa Ita! Also Spanier, jetzt bitte nicht beleidigt fühlen. Ja, ne? Ich versuche hier... Ist eigentlich eher für mich die Beleidigung. Weil ich würde gerne... Die Fässer kannst du auch kaputt machen. Was? Ich würde nämlich gerne... Ich würde nämlich gerne... War nicht cool? Ich habe gerne Gold gefunden. Ja gut, aber da drin bist du ja relativ sicher. Ich mache Messer die am Fenster. Oder meinst du es? Vielleicht kommt sie da eh nicht rein? Nein! Ich kann nicht! Nein! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Und jetzt die Rechtgranate aus dem Fenster! Nein, die Fenster auch nicht. Tritten, 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 tritten! Nein! Das war super! Super! Aus dem Fenster rennt! Hüpfen! Hüpfen! Ja! Laufen! X ist Laufen! Tolle Polo! Tolle Polo! Geh mal da in den Turm rein! Vielleicht war es da mit irgendwas. Ein Gleiter hoch. Da können wir uns zumindest heilen, glaube ich, weil hoch können die nicht. Boah, mein Kettensingenmann ist schon wieder am Start. Wie war ein Wettbewerb? Weiß ich nicht mehr. Filmen! Vielleicht hätten wir doch noch gleichstellen sollen. Nein! Nachladen ist zielen und X drücken. Ah, das muss mir doch einer sagen. Oh, da liegt auch was. Oh, oh! Was war das? Ist da einer? Oder wer... Ah nein, die werfen noch was. Gewehrmunition, ja. Du sollst jetzt vielleicht... Alter! Und jetzt lauf, ob du da jetzt... Guck mal, ob du jetzt nach links kannst. Also nicht da, nein. Nein, zur Tür da. Uah! Oh Gott! Okay, nein. Nein! Dann musst du jetzt wahrscheinlich die Dings werfen oder so. Und wie mache ich das denn? Weiß ich nicht. Auswählen? Verwenden? Äh. Äh. Ausrüsten. Ja, und jetzt umdrehen wahrscheinlich und einfach schießen. Jetzt, ja. Uiuiui. Ja, jetzt stehst du auch ganz gut. Oh nein! Geh schnell hin, trete ihn! Schnell! Treten, 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 treten! Kannst du nicht gut! Uiuiui! Uuuu! 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 Das hast du absichtlich gemacht! Das habe ich total absichtlich gemacht! Okay, aber du bist passenderweise gestorben. Ähm. Fuck it, ey! Wir versprechen, dass das nächste Folge sehr viel besser wird. Ähm. Auch so ein Quatsch zu versprechen. Es wird genau so weitergehen! Äh. FailidentEvil. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Machs gut, danke! Tschüss! Fritz! Diesmal! Boal cai! Boal, han.